Ich habe mal vor kurzem gefragt, was ihr für ein Video wünscht, weil ich einfach so unkreativ bin und ich habe einen Kommentar bekommen und zwar war das ein What's in my bag tag und ja, ich dachte mir, ich machen will den jetzt einfach mal und meine Tasche ist, richtig? So, meine Tasche, die habe ich mich gekauft, aber die sieht so aus und ich werde mir noch eine neue zulegen, weil die mir nicht nicht. Sie ist schon schön, aber ich weiß auch nicht. Jedenfalls zeige ich euch jetzt mal, was alles so hier drin ist. Sie ist ziemlich schwer. Was habe ich hier drin? Ich weiß es nämlich selber nicht mehr. Wir fangen an mit dieser kleinen Tasche hier drin. Und zwar habe ich dort natürlich immer meine Kopfhörer dabei. Ohne Kopfhörer gehe ich nicht aus dem Haus, weil was will ich ohne Musik draußen machen? Menschen, die ohne Musik aus dem Haus gehen, die verstehe ich nicht. So und dann habe ich einen Stift. Ja, man kann den immer mal brauchen, wenn man irgendwas unterschreiben muss. Dann habe ich noch ein Babylips und zwar für meine Lippen, damit meine Lippen immer schön. Ähm, oh, das schmeckt so gut. Ähm, damit sie immer schön. Feucht sind. Ja, okay, das war jetzt etwas zweideutig. Dann habe ich noch ein Schirm. Das brauche ich für dieses Wetter da draußen gerade. Ein Schirm braucht man immer. Achso, immer. Wenn es plötzlich mal anfängt zu regeln, dann habe ich einen Schirm dabei. Hm. Dann habe ich noch Tempo. Kauf jetzt Tempo. Beste Nastücher. Nein, okay. Und zwar sind die Ziemlich alt, weil ich Nastücher nicht so viel benutze, aber... Aber das sollte sogar Duft haben. Das hat keinen Duft mehr. Dann habe ich Schokolade in meiner Tasche. Ähm, lecker. Dann habe ich noch Schokolade in meiner Tasche. Ähm, ach. Das sind meine Schlüssel. Ähm. Wollt ihr sie haben? Dann könnt ihr zu mir nach Hause kommen, ja? Hm? Ähm, ähm, ähm. Was ist mein Handy? Wir haben Menschen geschrieben. Ein Handy habe ich noch in meiner Tasche. Wer hat das schon nicht? Oder wenn man raus geht? Dieser Schatz muss natürlich dabei sein. Mein sehr altes, kaputtes Portemonnaie. Ich muss mal ein neues kaufen. Es fehlt wirklich mal Zeit, ein neues zu kaufen, weil, ähm, ja. Da habe ich natürlich mein Money Money drin. I'm rich bitch. In meiner Tasche habe ich dann noch eine kleine Tasche. Da ist zwar jetzt nicht für heute alles drin, was ich eigentlich immer dabei habe, weil ich das schon ausgepackt habe, auch egal. Und zwar habe ich da mein Tofen. Du willst es gut rischen? Und zwar ist das von Katy Perry. Äh, Royal oder so, glaube ich. Das riecht richtig lecker. Ja. Eine gute Idee eigentlich. Oh, ich liebe es. Es ist so richtig... Da habe ich noch in meiner Tasche ein Essence en Abound Matte. Und zwar ist das, wenn du mal ein bisschen deine pettige Haut hast. Und deine Gläser in der Haut hast. Dann kannst du so ein Ding nehmen, ne? Und dann... Auf Gesicht und dann ist gut. Und dafür dann hast du einfach kein pettiges Gesicht mehr. Wer möchte schon ein pettiges Gesicht? Äh, mal schauen, ob ich noch was in dieser Tasche habe. Und nein, da ist voll viel Dreck drin. Ich mache das jetzt lieber nicht. Ich habe noch einen Haarroom dabei. Ähm... Für meine Haare. Damit ich sie zusammenbinden kann. Ist das logisch oder nicht? Das war es schon mit dem Video. Das war ein kurzes, knappes Video. Aber ich wollte euch trotzdem eins überreichen. Damit ihr nicht ohne Video darfst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr so Videodien habt, könnt ihr es mir unten in die Kommentare schreiben. Ich habe schon einige mehr. Aber... Mehr schade nicht, oder? Ich wünsche euch mal einen wunderschönen Tag. Tschüss!